Liebe Zuschauer, es ist mal wieder Mittwoch und damit Zeit für eine neue Folge DRZ-News. Seien Sie hierzu herzlich willkommen. Die ASP hat Mecklenburg-Vorpommern und damit nach Brandenburg und Sachsen das dritte Bundesland erreicht. Wie das Bundeslandwirtschaftsministerium informiert, hat das Friedrich-Loeffler-Institut einen positiven ASP-Befund in einem schweinehaltenden Betrieb bei Rostock bestätigt. Dort waren zuvor mehrere Tiere verendet. Rostock ist gute 200 Kilometer vom bisherigen Infektionsgeschehen entfernt. Der Eintragsweg der Seuche ist allerdings noch unklar. Der gesamte Bestand von mehreren tausend Hausschweinen muss nun getötet werden. In Niedersachsen haben Wölfe eine Reiterin verfolgt. Die Frau war beim Ausritt in einem Wald bei Großibner im Oldenburger Land, als sie Medienberichten zufolge den Grauhunden begegnete. In ihrer Angst wählte sie den Notruf. Offenbar kam aber niemand zur Hilfe, bevor sie wieder am Stall eintraf. Die Wölfe seien eine Viertelstunde lang rund 700 Meter weit neben ihr hergelaufen und hätten sie fixiert. Zum Teil aus nur drei Meter Entfernung. Dabei hätte die Reiterin laut geschrien, um sie zu vertreiben. Aber offensichtlich mit wenig Erfolg. Wolfsexperten wagten sich umgehend an eine Ferndiagnose. Es habe sich um neugierige Jungwölfe gehandelt und Pferde gehörten nicht zu deren Beutespektrum. Zitat Ende. Im Westerwaldkreis wurden in den vergangenen Tagen mehrere verendete Wildvögel gefunden, bei denen sich der Verdacht einer Infektion mit dem H5N1-Virus bestätigte. Somit hat die Geflügelpest jetzt auch Rheinland-Pfalz erreicht. Die Veterinärbehörden rufen Jägerschaft und Bürger auf, verendete Wasser- und Greifvögel unverzüglich zu melden. Eine Meldung, die Kopfschütteln auslöst, erreichte uns aus Nordrhein-Westfalen. In Bochum bemerkte eine Rettungswagenbesatzung in der Nacht zum Sonntag drei junge Männer, die eine Nutria quälten. Einer der Jugendlichen hatte den Nager mit dem Fuß heruntergedrückt, während ein anderer aus der Gruppe die Handlung mit dem Smartphone filmte, berichtet die Kreispolizeibehörde Borken. Die Rettungswagenbesatzung habe daraufhin die Person aufgefordert, die Tierquälerei doch zu unterlassen. Dieser Aufforderung kam der Tierquäler zwar nach, aber nur, um einen der Rettungssanitäter mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Im anschließenden Gerangel gelang es dem Sanitäter, den 16-Jährigen auf den Boden zu drücken. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes eilten zu Hilfe und beendeten den Angriff. Der Sumpfbiber entfernte sich deutlich angeschlagen. Gegen die Teenager wurde ein Strafverfahren wegen Tierquälerei und Körperverletzung eingeleitet. Zum Abschluss noch eine zumindest für die Gämsen im schwäbischen Allgäu erfreuliche Nachricht. Wie der Verein Wildes Bayern bekannt gab, hat das Landratsamt den umstrittenen Gamsabschuss in der Kürnach vorerst gestoppt. Mindestens 15 Gämsen hätten dieses Jahr hier geschossen werden sollen. Das wäre nach Einschätzung vieler Gams-Kenner der Todesstoß für die kleine Gams-Population westlich von Kempten gewesen. Und damit verabschiede ich mich für dieses Mal. Vielen Dank fürs Einschalten und bis nächste Woche. Bis dahin, Weidmannsheil! 2. Video ist zwar bestimmte Deine BenENT, es sollte in der Kürnach auf sein. Untertitelung des ZDF, 2020